Hallo, servus und grüß euch. Unser neuer Rezepttipp dieser Woche Creme Brûlée. Wie lange bleibt der Creme Brûlée im Multidampfgarer? Kommt mit zum Backofen. Wir schalten ein, 75% Dampf, Kombidämpfen und 90 Grad. Und je nachdem wie groß die Form ist, ist ein Creme Brûlée 40 bis 60 Minuten im Kombidämpfer. Wenn die 45 Minuten abgelaufen sind, dann probieren wir mal. Wenn man mit dem Finger drauf fährt und es ist ein ganz leichter Druck, dann ist sie angestockt und dann ist sie fertig. Ist sie noch flüssig, dann lasst sie noch 15 Minuten drinnen. Am besten gebt ihr die Creme Brûlée, nachdem sie gestockt ist, in den Kühlschrank. Lasst sie über Nacht kalt werden und am nächsten Tag, wenn ihr das Dessert serviert, gebt es noch ein bisschen Zucker drauf und dann wird die Creme Brûlée noch abgeflammt. Dieses neue Rezept findet ihr diese Woche auf unserer App Dampfguide. Gutes Gelingen und viel Spaß beim Nachkochen.